Die Zement-Ente Die Zement-Settings für die Audio-Volume nicht übernimmt, deswegen musste ich so ein bisschen tricksen bei den Aufnahmen, aber jetzt habe ich es gesehen und weiß es. So, und wir haben in der letzten Folge den Fall von Tiffany Walters abgeschlossen und jetzt gucken wir uns den Fall von Jamie an. Sneaking through the Columbia Campus at night, isn't how I envisioned coming back here. Keypadlocks, those are new. Türschlösser mit einem Keypad. Da ist ein Keypad an dieser Tür. Das bringt uns erstmal nicht weiter, lassen wir erstmal Joey den Raum auschecken. Hallo? Sieht so aus, dass die Flüge klar ist. Sieht so aus, wie ein Poster für eine Band, die heißt Epileptik-Fest. Fisch? Seriously, Epileptik-Fisch. Sieht so aus, wie ein Schedule von irgendeinem Kind. Jedes Item ist markt von einem Lettern und Nummer-Code. Ich kann nicht Hände oder Hände machen. Okay, und der versteht nicht, was das für ein Termin ist. Das wird wahrscheinlich ihr Stundenplan sein. Ja, hier gibt es ein bisschen Unordnung. Well, wir haben eine Sache gelernt, wenn wir hier kommen. Jamie ist ein Schloss. Ja, Jamie ist unordentlich. Strange Case. Ich habe keine Ahnung, was das Ding ist. Sieht aus wie ein Laptop, aber Joey hat natürlich keine Ahnung, was das ist. Hier ist noch eine Note. Es sagt, remember Waterloo. Der Kampf um Waterloo wurde im Juni 1815 gekämpft, in der Nähe von Waterloo, wo heutzutage Belgien liegt. Damals noch Teil der United-Est, das ist von der UK und den Niederlanden. Okay, interessant. Und was bedeutet das für uns? Wir sollen ja Waterloo recuerden. Und so kommen wir rein. Oh, altes Radio. Das ist wirklich alt. Es hat einen Kassettspieler und alles. Ah ja. Hat jemand noch mehr Kassetttapen gehört? Es muss sein, was sie als Kind hatte. Kein Punkt. Es hat nicht sogar ein Kassetttapen drin. Es muss einen sentimentalen Wert haben. Na dann. Oh, Schuhe. Ich bin nicht hier, um Schuhe zu schmieren. Auch. Es sieht aus, als wären das sehr unbequeme Schuhe. Es ist voll von Make-up, Nählpulich, Eyeliner, Haarspray. Ich glaube, das ist für Sie. Ah ja. Und hier ist vor allen Dingen Schminkzeug. Okay. Äh, Textbücher. Just some Textbücher, covering a variety of subjects. They seem to be the only books in the room. You would think, a college kid would have more than this. Ah ja, das scheinen die einzigen Bücher hier zu sein. Und sie ist der Meinung, als College-Mensch sollte man mehr Bücher haben, als nur die paar. Na dann. Ah ja, und Rosa kennt die Band sogar, aber sie weiß nicht mehr, ob die noch spielen. Guck mal hier. Sie weiß auch, dass das ein Laptop ist. Cool. Es ist ein kleines Laptop. Äh, äh, Enter Passwort. Ähm, ähm, äh, Rosa. Hm, Mist. Gut, das Passwort kennen wir noch nicht. Und können wir natürlich auch noch nicht lösen. Ja, ein Tisch. Okay, dann gucken wir uns das hier mal an. Okay, dann gucken wir uns das hier mal an. Ich erinnere mich ein paar Kurskode, von dem ich hier studiert habe. Kennst du das, nach all dieser Zeit? Es war nicht so lange vor. Wenn du so sagst. Mal sehen. Sie hat die ganze Zeit in Englisch- und Historie-Klasse. Aha. Jetzt ist das interessant. Sie hat die gleiche Schriftklasse, die ich gemacht habe. Das ist interessant. Well, es ist für mich. Sie hat sogar den gleichen Professor. Aha. Und ja, ähm, Jamie hat sich anscheinend für Englisch und Geschichte interessiert und auch fürs Schreiben. Und sie hat den selben Schreibkurs genommen wie Rosangela. Und deswegen erinnert sie sich an einen Namen. Nämlich, äh, wie hieß sie gut? Elaine Appleton. Elaine Appleton. So, ne? Genau. Ja, Columbia University English Department. Blablabla. Kreatives Schreiben. Äh, Stunden. Blablabla. Blablabla. Und eine Telefonnummer. Und jetzt haben wir, glaube ich, genau, die Telefonnummer hier. Jetzt können wir die anrufen. Ha, ha, success. Hallo? Hi, ist das Elaine Appleton? Das ist mir. Wer ist das? Rosangela Blackwell. Ich war in deiner Klasse rund zehn Jahre vor. Rosangela, ja, ja, natürlich erinnere ich dich. Es ist ein langer Zeit. Ich sah, dass du ein Buch geschrieben hast. Ist das richtig? Irgendwann? Irgendwann. Hast du ein paar Minuten? Klar, klar. Was kann ich dir helfen? Ich bin überrascht, dass du mich nach all dieser Zeit erinnert hast. Na, es war mein erstes Jahr als Professorin. Und du standest. Ich standest? Der Kaffee? Der Kaffee, die du auf meine Beine spielst? Oh Gott, ich habe das komplett vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Ich musste diese Kaffee alle Nacht ausbrechen lassen. Ich wollte mich über einen Studenten von dir fragen. Jamie Graham? Oh, sie. Ja, so tragisch. Was hat das passiert? Tragisch? Du meinst, du wirst nicht wissen? Sie hat vor der letzten Woche sterben. Ich... Nein. Nein, ich habe es nicht. Oh. Na, ich bin entschuldig, dass du dich erzählst. Du kennst sie gut? Nein, nicht wirklich. Aber kann ich dir einige Fragen über sie fragen? Ich bin nicht sicher, was ich dir erzählen kann, dass ich die Polizei schon nicht erzählte. Aber, geh' weiter. Was kannst du mir über Jamie erzählen? Ich liebe sie nicht, dass ich sie nicht erzählen kann, aber sie war eine Erinnerung. Wie so? Na ja, und augenscheinlich war Jamie eine, anfangs eine ganz, ganz tolle Schreiberin, also sehr, sehr gut. Und dann wurde das aber immer schnell, ganz schnell ganz viel schlechter und dann hat sie sich sehr unpassend gekleidet, kam zu spät zur Klasse und so. Also so ein typisches Studentenleben quasi. Sie war brillant. Okay, und sie war wohl so brillant, weil was auch immer sie geliebt hat, sie hat es geschafft, diese Liebe so zu transportieren, dass man selbst quasi auch anfing, diese Sache zu mögen. Und, ja, sie hatte für die Geschichte des Mittleren Ostens wohl ein Fable, aber irgendwann ist das auch verloren und irgendwann hatte sie am Ende quasi gar keine Leidenschaft, keine Liebe mehr für irgendwas. Wie ist das denn quasi, dass das verschwunden ist? Ja, wir all change. Ja, und die Professorin sagt, naja, das ist so eine typische Geschichte, das Mädchen kommt irgendwie aus dem kleinen Dorf wohlbehütet hier in die große Stadt und die Freiheit, die man in dieser großen Stadt erlebt, die wird schnell zu viel oder für manche können sich da nicht so richtig anpassen. Und ja, das ist wohl das, was passiert ist. Was hat es denn mit ihrer nicht passenden Kleidung auf sich? Okay, und ihre Klamotten, ähm, sahen, sahen so aus, als müssten sie im Mun-Race, ups, Entschuldigung, im Mun-Race bleiben. Und, ähm, ja, das Mun-Race ist wohl so ein Club, der hier in der Gegend ist. Okay, wie ist sie gestorben? Und die Polizei hat gesagt, sie hatte da auch irgendwie so einen Knoten oder irgendwas im Gehirn, also sie ist auf natürliche Art und Weise gestorben. Und das findet Rosenthaler jetzt ein bisschen merkwürdig, denn dasselbe hat man ja über Tiffany Walters auch gesagt. Äh, Polizei. Warum waren die Polizei involviert? Wenn sie durch natürliche Ursachen sterben, warum involviert sie? Ich habe das gleiche Sache mir selbst gefragt. Der Detektiv, ein Mann namens Durkin, glaube ich, war nicht sehr vorgekommen. Ah ja, und, ähm, sie hat sich auch gewundert, warum die Polizei eingeschaltet wird, wenn es ein natürlicher Tod ist, warum Polizei? Ähm, ja, und der, sie hat wohl mit Detective Durkin gesprochen. Aha, okay, Notes. Äh, Munrays, erzählen wir mal noch was zu Munrays. So, was ist Munrays like? Ich weiß nicht, meine Clubbingdienste sind lange weg. Ich bin einfach mir selbst verabschiedet. Ah ja, sie weiß nicht, wie das so ist, weil, äh, das Munrays, also sie geht nicht mehr klappen, also nicht mehr in die Disco. Das ist, was ich jetzt mit dem spreche bin. Ah ja, okay, gut, ich kann sie nicht über sich selbst ausfragen. Äh, das können wir nochmal machen. Ist es noch etwas, was du mir über Jamie erzählen kannst? Wenn es etwas spezifisches, was du wissen möchtest, einfach fragen. Okay, so mit so einer Grobanfrage kommen wir nicht weiter. Hat sie vielleicht schon von Gavin gehört? Habt ihr ever heard of a man named Gavin? Gavin? Can't say I know any Gavins. Ne, hat sie nicht. Okay, gut. Danke. Ich sollte gehen. Sind Sie noch in der Stadt? Wir sollten noch ein bisschen Kaffee haben. Oh, äh, sicher. Ich bin ein bisschen in der Geschichte, aber vielleicht nachher? Ja, und wir sollen nochmal uns bei ihr melden und zusammen Kaffee trinken. Und Rosangela lehnt dann erstmal ab, weil wegen, äh, ne Geschichte und so. Gut, sie hat mit Durkin gesprochen, dann reden wir da auch nochmal mit Durkin. Heute ist eine Telefonfolge. Durkin. Hi, es ist mir wieder. Aha. Ähm, fragen wir mal nach Jamie. Gucken wir jetzt. Haha. Ich wollte dich sprechen über Jamie Graham. Wer? Jamie, ein Studenten Columbia. Ich wusste, du warst, du warst. Du gehst, nicht wahr? Ich denke, Jamie und Jeremy sind vielleicht verbunden. Können wir reden irgendwoher? Warum soll ich das tun? Schau, du wirst mir. Und ich könnte dich wiederholen. Du kannst, huh? Wie du sagst, ich gehst. Was die Hölle? Ich brauche einen Kaffee, also. Du kennst ein Ort in Elphabets-City, der Name der Kaffee? Ich bin da. Okay, wir sehen uns da. Hi, Detective Durkin? Oh, es ist du. Also, was kann ich für dich tun? Also, was ist mit Jeremy zuerst? Schau, du hast uns auf die Idee geholfen, aber nicht auf die Idee geholfen. Du wirst über so viel, wie ich wusste. Also, warum schaust du in Jamie's Tod? Sie sagte, sie sagte, es war natürlich. Okay, und auch wenn das ein natürlicher Tod war, wurde ihr ihre Leiche in der Nähe von Amsterdam, warum auch in Amsterdam, in einem Müllcontainer gefunden. Und ja, wie ist sie da hingekommen? Okay, und sie ist immer in diesen meinen Club. Das war also nicht weit weg von dem Club. Und da hat sie wohl irgendwelche Sachen gekauft in dem Club. Und hat dann halt im ersten Moment die Nacht durchgetanzt und dann im nächsten Moment war sie irgendwie tot und man hat sie da gefunden. Und das hat wohl den Türsteher aufgeregt und er hat sie rausgeschmissen. Also, so ein bisschen verworren ist die Geschichte schon. Hm, nochmal das Mord. Wie bist du sicher, dass sie nicht geholfen wurde? Wir haben dieses Ding, das nennt einen Koronersreport. Genau, was sagte es? Ich weiß nicht, den medizinischen Term, aber ein bisschen wie ein Gehirnvessel. Es passiert. Eine Sache ist sicherlich. Es war kein Geholfen. Nur rot und Glück. Okay, und im Bericht des, äh, Bericht des Gerichtsmediziners, ach, jetzt denke ich gerade zurück an die guten alten L.A. Noire Zeiten, ähm, ja, stand drin, dass es also irgendeine, eine Ader oder irgendwas im Gehirn sei wohl geplatzt. Sowas kommt wohl sehr selten vor, aber kommt vor und ist deswegen ein natürlicher Tod und kein Mord. Was noch sagen die Koronersreport? Nichts zu wichtig. Warum? Ich weiß nicht, kann ich es sehen? Du gehst mir doch nicht. Ich weiß nicht, aber du hast sicherlich einen Rund. Schau, ich kann dir nicht den richtigen Report, aber ich kann dir den Gäste geben. Du bist vielleicht verrückt, aber für einiges Mal, ich denke, du bist okay. Danke. Nicht bedanken, du gehst mir jetzt. Hast du ein Telefon? Ja. Wenn wir hier enden, ich schreibe dir ein Messer. Ja, die Hauptinformationen daraus mitteilen und, ähm, dann haben wir uns bedankt und dann hat er gesagt, das sollten wir nicht tun, denn jetzt schulden wir ihm was. Aus irgendeinem Grund hält er uns aber für in Ordnung. Tja, ob das wohl daran liegt, dass er mit jemandem, ach, lassen wir das, ach, ja. Kennt er das, Munrays? Dieser Club, wo Jamie sterbte. Es war Munrays, nicht wahr? Du gehst um. Ja, das war der Ort. Du sprachst mit Professor Appleton. Der Graham-Kid-Prof? Ja, warum? Keine Grund, wirklich. Er hat sich ausgedrückt, wie Trash. Das ist schuldig. Du bist überrascht? Du wißt, was auf der Highline passiert ist. Manche Menschen sind Tiere. Sie schocken jemandem Mutter zu einem Tod, für keinen guten Grund. Ah ja, und, ähm, der Durkin wundert sich nicht darüber, dass sie da so weggeworfen wurde, weil das war bei der Highline ähnlich. Fragen wir nochmal nach Gavin. Kennst du jemanden, der Gavin nennen ist? Du musst dich mehr spezifisch sein, als das. Er ist, ähm, ein Kult-Leader. Ich bin nicht sicher, was er noch macht. Noch? Habt ihr ihn von ihm gehört oder nicht? Nein, sorry. Okay, und, ja, er hat von Gavin nicht gehört, die anderen beiden Sachkommens, glaube ich, schenken. Okay. Ähm, fragen wir nochmal nach dem Man-Rays. Wie kann Man-Rays noch offen, nachdem, was sie getan haben? Wie denkst du, dass jeder Club öffnet? Sie offerten Ehre und schütteln Geld um die richtigen Menschen. Und das ganze Ding nie passiert. Es ist alles hushed ab. Nichts in den Karten sogar. Ah ja, und, äh, obwohl Jamie quasi tot gefunden wurde, nachdem sie in diesem Club war, ist der Club immer noch offen. Und, na ja, sie sagt, der gute Mann, Beziehung ist da. Es ist nicht mehr in der Zeitung aufgetaucht. Sie haben an der richtigen Stelle den richtigen Leuten einen Gefallen getan. Und, ja, deswegen wird darüber nicht diskutiert. Okay. Well, bye. See you. Und jetzt gehen wir nochmal raus. Und gehen cool. Hey, check it out. I got a message from Durkin. Aha. Und jetzt haben wir nämlich die Message von Durkin bekommen. Und diese Message, liebe Leute, schauen wir uns gemeinsam in der nächsten Folge an. Und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag Ciao, ciao. Ich habe nie, okay. Ja, 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 ja. Und dann gehen wir jetzt.